Das war die erste. Da haben die nicht unentendliche Tüte getroffen. Hier fällt keine Tüte runter, oder? Das wäre ein Betonfußboden. Wenig wahrscheinlich. Ja, da war ein bisschen so ein Tüte-Regen dann irgendwo in der Pfanne. Da wurde die Decke ein bisschen schwarz aus. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt sagst du erstmal... Du, da. Hast du Pulver drin? Pulverstrennen? Hoffen wir auch. Hoffen wir auch. Ich muss ja wieder... Mach zwei oder so. Hast du das durchgebracht? Wenn sie nass sind... Das ist schon mal. Das ist genau richtig. Ich brauche das auch. Das ist halt viel zu. Ich brauche das nicht. Du hast die Meldung? Ich nehme euch schon mal wieder hoch. Hast du Pfannenboot? Pfannenboot drauf? Pfannenboot drauf? Pfannen ist noch zu. Pfannen ist zu. Dann probiert du mal so viel zu hören. Ich hoffe, das funktioniert. Die wird zu schnell laden. Ne, sehr schön. Guckt mal. Hört ihr es? Es ist 20 Uhr. Niemand muss gehen da los. Aber fast der Finger, wenn sie vorher los geht. Das ist nicht so angenehm. Hat du mein Sohn oder so weiter? Ne, hier auf der Seite. So. Da kriege ich dann Feuersprach. Wie du? Ich hab dich noch mal umgesetzt. Na ja, trotzdem ein bisschen heiß in dem Fall. Aber der geht zur Seite. Ich geh mal zurück. Richtig. Du stehst da. Du gehst ein Stück vor. Geh richtig, sowieso richtig raus. Geh mal vor. Leg es auf. Setzt auf die Lund und prüft die Lund. Das sind die Exerzieherkommunters sozusagen. Und dann legt an. Frau Niemann, lauf nach unten halten. So. Ich denke, du legst es auf. Was? Ne, legt an. Hoch. Ach, Armin. Das Spielzeug. Pfannen. Offen. Lund eingeblasen. Feuer. Ach, du liebe Zeit. Ja. Na ja. Okay. So. Ich warte kurz. Geh mal drüben. Glocke, geh mal rein. Ja. Also lauter ist es nicht. Das sind die Runde länger. Vier links. Schönen. Boah, hier. Glocke, komm. Mach, mach, mach. Geh zu. Das sind die Runde länger. Mal sind dran. Hier links. Zwischen die Finger. Noch? Noch ein Bechern fliegt. Das ist mein Blünder. Ach so. Mach es doch mal zurück. Das ist noch ein kleineres. Das ist noch ein Festzug drängen. Oh, das ist die Blünder. Wir sind jetzt länger. Schon so fest. So. Ich hoffe, dass das Öl vorhin komplett raus war. Oh, jetzt bin sie glänzend. Das ist gut. Genau. Jetzt machen wir die Fahrzeuge. Hoffentlich nicht so weit wie du kämpfeln. Das ist wieder das. Zu den letzten mal richtig. Na ja. Was ist das? Zwischendurch noch was schön Lund anblasen, damit der Lundkegel schön kommt und die Asche weg ist. Dann kannst du das auch nicht bestimmen, aber wo schließt du? Dann kannst du das auch nicht bestimmen. Dann kannst du das auch nicht bestimmen. So, gibst du die Kommando? Naja, ich gebe die Prüfer. Holbar ist das Empfang, geprüft, vorne abblasen, vorne öffnen. Habe ich. Okay. Und Feuer. Nein. Wir müssen schneller. Halt. 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 Hast du schon ein Stückchen Bladen? Haben wir? Was? Ein Stückchen Bladen. Halt. Noch, nehmt euer Zeit noch bitte. Halt. Halt. Wie viel Schuss macht ihr? Der Omi ist noch gar nicht, aber nicht, 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 noch mal ein Stück um den Schimmel, noch mal ein ganz Stück um den Schimmel. So. Ich habe sie da vorhin sehr geliefert, sich mit ihr Vorbereitungen. Du drückst es auch bis heute. Ich mache. Fahnen ist offen und? Feuer. Warte, warte. So. Geht nichts. Du musst schnell drücken, wenn du es langsam drückst, hast du es okay. Nein, das kam ja nicht hin, doch. Blöde Brüchen vergessen. Alles gut. Und Achtung. Schießt du immer auf das Metall? Ja, das klingt wie ein Rutschdorz. Das klingt wie ein, ja. Wie viel macht ihr noch? Na, flott. Schwerer, feier. Feier. Neun Minuten. Ich bin nicht. Okay. Ich bin irgendwie. Armin, willst du? Zieh zu. Ja, hol dir zu. Achso. Hol dir zu, die Tür? Ich bin doch zugeschaltet. Ich darf filmen. Heißt auch, um 100%ig zu sein. Willst du mal filmen, aber du hast den Turm. Ja, das ist gar nicht zugefallen. Es ist doch gut, man zu. Jungs, danke. Tschüss. Genau, tschüss. Genau zehn Minuten habt ihr gemacht. Tschüssi. Also ich filme jetzt zehn Minuten elf. Ach, du filmst das? Ich filme das. Aber es ist ziemlich dunkel. Oh, da hast du ja die ganzen dummen Kommentare damit drauf. Ja. Ach. Und da macht der Armin immer uns das Traum. Das macht das Kreuzfeld. Tut mir hingefallen, weil ich lasse dich an, wenn wir da haben. Oh, da geht es nicht ganz schnell. So, ich habe gemeint, dass wir das ausfallen lassen. Das ist ganz gut. Machen wir noch einen? Nee, ich habe nicht. So, ich habe, hier, runter. Wie macht ihr eigentlich jetzt lünde aus? Ausdrehen, meistens. Alles gut. Okay. Hier ist dann aus. Kann nichts mehr passieren. Es wäre jetzt wirklich noch gut, dass da drin sind, wenn man nichts mehr macht. Was? Okay, den Purfer mehr reinschüttet, das ist gut. Ja, egal. Musst du da nochmal... Das ist ganz schön warm geworden. Das ist ganz schön warm geworden. Das ist ganz schön warm geworden. Das macht schon was aus, wenn man es recht nimmt. Und jetzt ist das wirklich geil. Das ist ganz schön warm geworden. Ich weiß auch nicht, dass ich das gleichne. Ja, ich weiß auch nicht, dass ich das gleichne. Ja, ich weiß auch nicht, dass ich das mal mache. Untertitelung des ZDF, 2020